Skateboarden ist mir irgendwann zu langweilig geworden. Ich wollte etwas eher artistisches, etwas, das die skatenden Kids inspiriert. Was ich am Skaten und am Basketball immer toll fand, ist, dass es so athletische Sportarten sind. Viele Leute würden Skaten wahrscheinlich gar nicht als Sport bezeichnen, aber ich denke, es ist gut, so Sachen wie Handstand oder andere akrobatische Tricks im Skaten wieder populär zu machen. Und es ist außerdem sehr gesund. Es ist eine Zirkusnummer, etwas, was ich wirklich liebe und ich will andere inspirieren, sich das anzuschauen und sich dann ein eigenes Ziel, eine eigene Herausforderung für ihr Leben zu finden. ...ein ihren eigenen Interessen. Untertitelung. BR 2018